Herr Präsident, meine Damen und Herren, am 25. Mai 2018 beginnt eine neue Datenschutz-Epoche. Europa wirkt direkt. Die Umsetzung in nationales Recht war und ist eine sehr arbeitsintensive Arbeit, der Innenminister hat es gerade eben dargelegt. Sie verlangt, verschiedene Ebenen kompatibel und praktikabel zu machen. Der Gesetzentwurf der Landesregierung, federführend vom Ministerium des innerländlichen Räumen und Integration, wird in seinen wesentlichen und weitreichenden Punkten auch so heute beschlossen werden. Und ich möchte den Dank, den Sie, Herr Innenminister, ausgesprochen haben, auch an Sie und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgeben. Die sehr intensiven Beratungen in diesem Jahr haben gezeigt, dass Kompetenz und Entscheidungssicherheit über die Pflichten, Freiheit und Sicherheit bei der Digitalisierung gegeben sind. Und das ist eine gute Ausgangslage. Schleswig-Holstein war beim Datenschutz immer gut aufgestellt und wird das künftig auch weiter sein. Eine große Sorge, die auch in der Wirtschaft, wo ein Unternehmen ist, die zunächst einmal ja nicht ganz direkt betroffen ist, aber natürlich indirekt, ist die Sorge vor zu hohen Anforderungen. Wir sind sicher, dass das ULD, dessen Rechte gestärkt werden, sehr gestärkt werden, mit Augenmaß und in guter partnerschaftlicher Ratgeberatmosphäre arbeiten wird. Die Frage, was und wie viel gespeichert werden darf, ist in unserer Gesellschaft alles andere als eine Bagatelle. Sie berührt das Grundverständnis, das Kernverständnis zwischen Bürger und Staat, zwischen Freiheit und Sicherheit. Ein wichtiger Punkt, der geändert worden ist, Sie sehen das rechts in der Unterlage, die vorliegt, ist, dass Bürgern Auskünfte nur verweigert werden dürfen, wenn schwere Nachteile für das Wohl vom Bund und Land gegeben sind. Das Nötige für die Sicherheit tun, aber auch die Rechte der Bürger, gewahr zu wissen, was in einer Akte über ihn steht und diese Hürde angemessen festzulegen, ich glaube, das ist kein unbedeutsamer Punkt. Und, meine Damen und Herren, auch das Thema Videoüberwachung. Es bleibt bei der Videoüberwachung, aber keine automatisierte Verarbeitung biometrischer Daten zur Identifizierung von Personen. Videoüberwachung ist zur Sicherheit notwendig, aber deshalb darf keine Speicherung unbeteiligter Bürger erfolgen. Ein Dauerthema wird der Stand der Technik sein. Hier ist ein ganz weites fachliches Spektrum notwendig und es wird auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Datenschutzbeauftragten, die wir alle bekommen, sehr viel Wissensstand erfordern, denn sie müssen mindestens auf Augenhöhe mit Wirtschaft und Experten sein, sollen sie die kompletierten Sachverhalte korrekt und fundiert beurteilen können. Daten dürfen nicht für Verhaltens- und Leistungskontrollen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwandt werden. Die vorgesehene Regelung, die für den Justizbereich eigene Vorschriften vorsah, haben wir gestrichen. Auch dieses an die Anschrift und an die Adresse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch vielleicht der Gewerkschaften. Wir sind uns darüber im Klaren, dass das, was jetzt verabschiedet wird, in der Praxis zu manchen Umsetzungsproblemen führen muss. Ich möchte gleich deutlich hinzusetzen, wenn dort Fehler passieren und wenn alles nicht ganz so schnell sofort geht, dann halte ich das für einen ganz natürlichen Vorgang, der nicht zur Kritik führen sollte, sondern zur Frage, wie können wir es dann weiter besser machen. Fehler liegen in dieser Problematik drin. Und wir haben uns deshalb, und das ist auch ein wichtiger Hinweis an die Behörden und an die Betriebe, und wir haben uns deshalb entschlossen, eine sogenannte Evaluation mit einer Frist von einem Jahr beginnend einzuarbeiten, wo Auskunft und Informationsrechte dann in der Praxis überprüft werden. Ich glaube, das ist ein guter Weg, um zutreffende Aussagen, die geändert werden müssen, mit den gesetzlichen Möglichkeiten dann später neu in den Anklang gehöbenenfalls bringen zu können. Mit der Richtlinie neben der Grundschutzverordnung werden etwa 30 Gesetze jetzt im ersten Anlauf geändert. Aber damit ist noch nicht alles getan. Wir werden auch speziell im Bereich der Polizei dann und in anderen Fragen noch weitere hinzusetzen müssen. Man muss also kein Prophet sein, um zu folgern, dass dies ein weiteres ständiges Thema sein wird. Lassen Sie mich zusammenfassend abschließen. Die letzten Wochen waren zum Thema Datenschutzrecht ganz besonders bei Jamaika eine Herkulesarbeit. Und auch bei den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bei der Hausschwitze. Ich habe den Dank an die betreffenden Persönlichkeiten ausgesprochen. Sie haben es wirklich verdient. Wir werden, Herr Präsident, ein letzter Satz noch. Wir werden zeitgerecht das Datenschutzrecht in Kraft setzen. Beim Datenschutz, bei der Daten Sicherheit herrscht Sicherheit in Schleswig-Holstein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.